Hallo, da haben wir mal ein Päckchen. Und zwar, das ist von Günsried, Sennerei Günsried, aus Bleichach, ja Bleichach, genau Bleichach. So, dann schauen wir doch mal, dass die auch noch weiß sein, was ich jetzt kaufen kann. Das ist ja ein Lieberschein, oder? So, ja. Das ist schon mal ein Lieberschein raus. So, das ist schon ein bisschen super. So, ja. Und da haben wir jetzt, Bärkäse würzig, 6 Hohnate Alp, Bärkäse würzig, 6 Hohnate Alp und Bärkäse alt, 6 Hohnate Alp. Jetzt machen wir das mal drauf. So, ja. Was? Was? Wieder eine Wunder. Was? 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 Wie ist die Kese verschneide? Was? Wie ist das? Was? Wie ist das? Was? Wie ist das? Schöne Brust weg. Schöne Brust weg. Stillschein. Neubestelle machte. Eislicht ist da drin. Eislicht. Käse. Käse. Schöne Brust weg. Schöne Brust weg. Schöne Brust weg. Schöne Brust weg. Käse. Käsepapier, und dann kommt der Käse zum Vorschein. Da ist der Wagnum verpackt, das ist der 12 Monate Käse. Das sind 280 Gramm, kostet 4,81 Euro. Da haben wir hier, das ist der 6 Monate Käse, das sind 242 Gramm, das sind 285 Gramm. Und dann kommt unser Lösch vom Käse. Der Käse hier im Monat, das sind 232 Gramm und der Flüsch 136 Gramm. Und das Papier, das Käsepapier, das ist ja dazu gedacht, dass man den Käse jetzt aus der Zagrumpenverpackung ausmacht und hier in das Käsepapier einpacken. Und dann werde ich euch mal berichten, wie der Käse geschmeckt hat. Das war's dann mal. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Tschüss.